Samantha Fox, Lieblingscovergirl der Engländer, ist maßvoll, nicht nur beim Eis essen. In Zahlen ausgedrückt verteilen sich 92, 59, 84 auf ganze 155 cm Länge. Jetzt hat sie beschlossen Popstar zu werden. So einfach ist das. 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 Your body, your heart beat next to my soul Touch me, touch me now Touch me, touch me now Touch me, touch me now All emotions infusing my brain I could not decide between pleasure and pain Like a tramp in the night, I was begging you To treat my body like you wanted to I was begging you Touch me, touch me I wanna feel your body Your heart beat next to my soul Cause I want your body all the time Touch me, touch me I wanna feel your body Your heart beat next to my soul Cause I want your body all the time Touch me, touch me, touch me This is the one Touch me, touch me I wanna feel your body This is the one Touch me, touch me, touch me This is the one Touch me, touch me I wanna feel your body Wolf Mahn und seine Deserteure On The Road. Wolf bekam seine erste Gitarre, als er kaum groß genug war, um sie festzuhalten. Und seitdem hat er sie nicht mehr losgelassen. Üben braucht er nicht mehr. Text und Musik schreibt er selbst. Was rauskommt, kommt an. Meine hochverehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, bitte kommen Sie doch näher, bitte bleiben Sie nicht fern. Wir bieten Ihnen immer viel Spaß für wenig Geld, drum nehmen Sie einen Platz ein und fahren Sie mit dem Karussell. Es dreht sich schnell, die ganze Welt wird sensationell im Karussell. Sie, mein Herr, da hinten, haben wohl lang nicht mehr gelacht. Wir können Sie was erleben, was Ihnen richtig Freude macht. Sie verehrt es, der hier vorne, in dem sündhaft teuren Tänz. Sie werden sehen, Ihre Migräne verfliegt bei uns im Karussell. Es dreht sich schnell, die ganze Welt wird sensationell im Karussell. Ob groß oder klein, hier können alle schreien. Wir frisieren neu ihr Haar, machen ihren Schlips zum Schall. Nutzen Sie die letzte Chance, die so leicht nicht wiederkommt. Schon sind wir komplett unser Rücktritt mit ner Hottenfest an. Sie können's mir ruhig glauben, ich erleb's das ganze Jahr. Bei uns bleibt kein Auge trocken, keine Mimik, wie sie war. Irgendwann, wenn Sie sich wünschen, dass es niemals wiederhängt, so sehr genießen Sie ihr Leben hier bei uns im Karussell. Es dreht sich schnell, die ganze Welt wird sensationell im Karussell. Es dreht sich schnell, die ganze Welt wird sensationell hier in unserem, in unserem schönen Karussell. Es dreht sich schnell, die ganze Welt wird sensationell im Karussell. Es dreht sich schnell, die ganze Welt wird sensationell im Karussell. Es dreht sich schnell, die ganze Welt wird sensationell im Karussell. Es dreht sich schnell, die ganze Welt wird sensationell im Karussell. Es dreht sich schnell, die ganze Welt wird sensationell im Karussell. Es dreht sich schnell, die ganze Welt wird sensationell im Karussell. Es dreht sich schnell, die ganze Welt wird sensationell im Karussell. Aber schlug gypische Geräusche Es dreht sich schnell, die ganze Welt wird sensationell im Karuhaus HUDSON. Wenn ein Krieger gefahren ist, kannst du dich campaignerst mit chemisch Cancerajah Das passiert jede Stunde, überall in diesem Land. Und die Mädchen, die schminkern sich weiter und die Typen gehen vor ihnen an. Vor ihnen, gib nicht auf, pack nicht an, kleiner Helden müssen tapfer sein. Bis die Welt abgestallt, bringt wie ein Held deine Seele zurück. Sie kommen nie ins Fernsehen, keine Zeitung bringt ihr Glück. Noch hat ihn jemals ein Präsident, das Bundesverdienstkreis verliebt. Wenn du nicht vorher ausgerutscht bist, auf glattem Asphalt. Du siehst die Kinder, die spielen und denkst, das war eigentlich schön. Aber irgendwann muss hier irgendwer noch was Besseres auf die Reihe bringen. Gib nicht auf, pack nicht an, kleiner Helden müssen tapfer sein. Bis die Welt abgestallt, bringt wie ein Held deine Seele zurück. Oh, 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 oh! Ja, Mann! Krokus und die Krokusse blühen auf der Bühne so richtig auf. Ein starker Life-Act. Liedsänger Marks Story besank schon ganz Europa. Auch in den USA wird Krokus als Geheimtipp gehandelt.